Neue Detektiv-Konanins sind aufgetaucht, frischer könnten sie gar nicht sein. Aktuell von heute plus zwei Ankündigungen von mir. Ich wünsche euch viel Spaß nach dem Intro. Komm mal war Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Wie bereits erwähnt, benutzt ja Gosho Aoyama das Spiel Animal Crossing, um mit uns zu kommunizieren. Meistens geht es quasi um Detektiv-Konan, aber auch darüber hinaus über Gosho Aoyama. Er sagt manchmal einfach, welche Serie er aktuell schaut, was er ganz feiert, was er nicht so feiert, was er mag. Aber wir wollen natürlich Detektiv-Konan-Content und den kriegen wir. Unter anderem hat er nämlich heute gesagt, dass er ein neues Magazin-Cover gezeichnet hat. Wahrscheinlich also für die Shonen-Sunday. Und auf diesem Cover sehen wir Takagi, Sato und Conan. Dann sehen wir aber noch zwei weitere Protagonisten, die hier unkenntlich gemacht wurden. Das heißt, wir wissen nicht, wer es ist. Wir sollen abwarten, wir sollen uns freuen. Und wir könnten natürlich jetzt auch mal rätseln. Deshalb an der Stelle, Leute, schreibt mal bitte in den Kommentarbereich, was glaubt ihr, welche Personen sind das? Zwei werden gesucht. Es ist sehr, sehr schwierig, das ist jetzt auch keine Theorie oder sowas, sondern eher ein munteres Raten. In Bezug, dass wir bald den 25. Kinofilm sehen, dass wir Takagi und Sato und zwei weitere Leute sehen, glaube ich, dass es WPS-Mitglieder sind. In den vergangenen Detektiv-Konan-Content hat der Gosho schon berichtet, dass Wataru Date nochmal eine sehr große Rolle spielen wird. Und wenn wir uns den Kinofilm angucken, hätte ich dann also Wataru Date, Jinpei Matsuda und Hagiwara, weil wir das Grab von Hagiwara gesehen haben und die Visitenkarte von Matsuda. Wir wissen ja auch, dass der Bomber wieder frei ist, aus dem Gefängnis ausgebrochen. Also, Date, Hagiwara und Matsuda. Das ist mein Tipp, eingeloggt. Ihr könnt ja mal mitlesen, wie gesagt, schreibt es mir in den Kommentarbereich, was glaubt ihr, wer sind die zwei mysteriösen Personen? Und jetzt geht es nochmal um zwei Ankündigungen meinerseits. Und zwar sind diese Ankündigungen, dass es zur Weihnachtszeit, vielleicht am 24. Malmonkel, ich weiß es selber noch nicht, wird es wieder einen XXL-Podcast geben. In diesem XXL-Podcast gibt es Detektiv Conan, das kann ich euch schon mal sagen. Und dieser XXL-Podcast, der über Detektiv Conan geht, wird in der Art und Weise, wie ich dann darüber sprechen und philosophieren werde, einzigartig bleiben. Beziehungsweise kenne ich keinen, der darüber so ausführlich gesprochen hat, sprechen will und ich selber auch noch nicht. Ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Also, es wird so ein richtig deftiger Podcast. Könnt ihr also wieder eure Wäsche waschen, Essen kochen, in der Bahn sitzen oder wo ihr auch immer seid und euch einfach schön gediegen den Podcast anhören. Ich werde es auch wirklich tun, was ich lange gesagt habe, aber ich sage mal, da gibt es immer wieder ein paar Probleme, dass ihr diese gesamten Podcasts, die länger gehen, ich sage mal, als 10 Minuten, im Endeffekt bezeichne ich alles als Podcast, wo ihr quasi nur eine Audiospur habt, werde ich wirklich, mich wirklich, wirklich dran setzen, dass ihr diese Dinge halt auch auf Spotify abrufen könnt. Im Moment sind es, glaube ich, 6, 7 Folgen online auf Spotify und die werden immer noch gestreamt. Das ist unglaublich, obwohl ich eigentlich nie da wirklich viel Promo gemacht habe. Also, das zu dem einen, dass quasi auch die Leute, die jetzt nicht immer YouTube aufmachen wollen, sich den Podcast anhören können. Ja, aber ich glaube, jeder hat Spotify. Ich selber persönlich nutze es gar nicht, ja, muss ich ganz klar sagen. Ich kaufe mir immer die Alben und ja. Das ist die erste Ankündigung. Und die zweite Ankündigung ist, es wird, es wird ein extrem ausführliches, langes Video geben, zu einem der wichtigsten Punkte, was den Detektiv Conan Conan betrifft, ja. Es geht in die Richtung von, ihr wisst schon, welche Videos, die halt so, ich sag mal, fast drei Stunden gehen. Genau in diese Richtung geht das, nur halt mit einem anderen Aspekt, wo wir uns gezielt auf etwas raufstürzen. Und, ähm, die ganze Tiefe von allen Ereignissen dieser Art und Weise werde ich euch erläutern. Wir werden darüber hinaus philosophieren. Es wird einfach super, ja. Ich freue mich jetzt schon, ich bin schon hin und weg. Ich bin auch schon dabei, kann ich euch auch schon mal sagen. Aber der Weg ist steinig und hart. Und, ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und dieses extrem lange Video wird wahrscheinlich dann aufgesplittet in drei Teile, ja. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen. Und das sind auch wirklich, ich sag mal, Sachen, gerade der Podcast und das Video oder die Videos. Das sind wirklich so Sachen, wo ich, glaube ich, jeden, der Detektiv Conan mag, abhole, ja. Ähm, denn es ist ja immer sehr, sehr schön zu betrachten. Es gibt verschiedene Lager, ja. Die einen sind aktuell deutscher Stand, die anderen sind aktuell japanischer Stand und so weiter und so fort. Und das wird jeden abholen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich hoffe, es freut euch. Und, ähm, wartet erst mal ab, ja. Wie das dann so ist. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, einiges wird schon vor Weihnachten veröffentlicht, ja. Und, ähm, andere Sachen werden wahrscheinlich dann direkt zu Weihnachten kommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle immer für euren Support. Danke fürs Anschauen der Videos. Danke fürs Kommentieren. Alleine ein fettes Dankeschön, dass ihr, ähm, euch für Anime interessiert, unabhängig von mir. Dass ihr euch für Detektiv Conan interessiert. Denn gerade Detektiv Conan ist ein Anime, der meiner Meinung nach noch viel zu wenig, viel zu wenig gehypt wird, gerade in Deutschland. Aber ich habe ja auch Videos zugemacht, wo es, ähm, ja Gründe dafür gibt, warum es in Deutschland nicht so gut ankommt, äh, wie andere Anime, äh, One Piece und Naruto zum Beispiel. Aber, das ist eine andere Sache. Leute, das war's. Ich hoffe, ihr seht euch gefallen. Ich hoffe, die Detektiv Conan haben euch gefallen. Und vergesst nicht zu raten, wer sind diese zwei mysteriösen Personen. Bis zum nächsten Mal, euer Kadoakai. Ich hoffe, ihr seht euch.